Willkommen zurück zu der Bunker und zwar im letzten Part haben wir hier den Code eingegeben und die Tür geöffnet. Nur liegen hier lauter tote Körperteile rum. Ihr seht es ja selber. Richtig keimisch. Ja, mach auf. Ey, warte, klick ich hier. Köstlich, köstlich. Boah. Alter, bist du ekelhaft, ey. Ach, Mario, ey. Was spürst du hier bloß für ein Spiel, ey? Ja, wir haben es ja schon halb zwei in der Nacht. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Der Zimmer, schön dunkel. Ja. Stop. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da steigt natürlich die Atmosphäre in dunklen Zimmern Das ist ja krass, ey Ich lobe da jetzt ein bisschen runter, mein Freund Da ist ein bisschen zu tief Da willst du nicht runter Da willst du nicht runter Siehste? Ja, super Hat er sich die Pfoten verbrannt Wenn du auf dem Level 5 Findest du die Ventilation Latch Schau dir die heiße Pfeil Aber sicher ist das die mit der Warnung, John Dann open die Top Be careful Und du gehst mir so schnell wie du kannst So schnell wie du kannst, John Promise mir Ich promise Du hast das Du verstehst Du wirst erinnern Good boy Be careful Eine krasse Geschichte, ey Eine krasse Geschichte, ey Jetzt bin ich ja mal gespannt, ey Was er vorhat Und was ist das für ein Zeug, was er herinkippt? Boah, was ist denn das, ey Das kocht ja richtig Alter, wie das dampft, ey Boah, was ist das für ein Zeug, was ist das für ein Zeug Ich frag mich, was das für ein Zeug ist, ey Gegen Gift oder Gift oder Ach du Scheiße, welcher Keine, ich nehm einfach mal den grün Boah, war er nicht, ey Oh Mann Dann eben den roten Sehr schön Alter Alles voller Stahltüren, ey Alles verrammelt Alles verrammelt Und verriegelt, ey Ja, wo geht's da hin, ja Gute Frage Wahrscheinlich müssen wir hier hoch Erst gehen wir richtig runter Bis ins dunkle Und jetzt rennen wir irgendwo wieder hoch, ey Ah, ey, krieg langsam Hallis, ey Kann ich gar nicht verstehen, ey Irgendwann dreht man durch, ey Ist doch klar Oh, komm, lass los, ey Komm, lass los Scheiße Da waren wir zu langsam Okay Nochmal von vorne Ja, das passiert schon mal Alter Alter, so schnell kannst du manchmal gar nicht reagieren, ey Voll der Wahnsinn, ey Gut, dann nochmal nochmal verfolgen, die ganze CSU-Scheiße hier Okay, dann wollen wir mal Jetzt müssen wir es schaffen Jetzt müssen wir es schaffen Sehr schön Alter, so schnell kannst du gar nicht klicken, alter Alter, so schnell kannst du gar nicht klicken, alter Komm, 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 komm Boah, Alter, mir tun schon die Pfoten weh, ey Von der Klickerei hier, ey Los, komm, klappt Los, komm, Alter Jetzt schaffen wir Ah, los, komm Und dann gehen wir mal. da haben wir durch die schafft oh mann wo es wird heller alter wo kommt denn die her ich habe es hier 14 Monate in der ersten die wo ist die Leinigung aber die 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 Boi! Mom? Mom? Darling, he's going to be fine. I'm rushing. I'm going to be blessed. Stay with me. I love you. Oh man, stay oder leave? Good boy. Good boy. Hey. Ja, wir hätten auch abrunden können. Boi. Ist auch manchmal total schwer, sich irgendwie zu entscheiden, was man will. Geht aber, ey, wo wir da sind, ey, da. Richtig heftig. Richtig heftig. Der Bunker. Richtig cool. Richtig geil gemacht, ey. Ich will nicht gerade, weil ja das Spiel so geil war. Das wird dann praktisch, ähm. Na, sag schnell. Praktisch nochmal spielen mit den anderen Zielen. Aber die Sequenz machen wir hier nochmal. Und dann wählen wir den Ausgang. Wie gesagt, nochmal als Erinnerung. Wir spielen jetzt die große Szene hier nochmal nochmal. Von den Schacht hier aus. Und wählen statt, dass wir da bleiben, den Ausgang. Weil das Ende der Merchik natürlich hoch sehen. Also los geht's. Weil die Zeit haben wir jetzt auch noch. Weil das alternative Ende möchte ich auch sehen. Ja, da verbrennt er sich, okay. Ja, ich lass die 10 jetzt einfach mal laufen. Ja, ich lass die 10 jetzt einfach mal laufen. Ja, ich lass die 10 jetzt einfach mal laufen. Und du gehst mir so schnell wie du kannst. So schnell wie du kannst. Du hast mir das. Du verstehst. Du wirst erinnern. Gut, Mann. Be careful. Weil auf das Ende bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da passiert, wenn wir halt die Tür öffnen. Somit ersparen wir uns, das von vorne zu spüren. Aber es gab noch eine Tür, wo wir nicht schlank gegangen sind. Aber jetzt nur wegen der einen Tür, das komplette Spiel nochmal von vorne anfangen. Äh, ne. Lass das mal so eine Tür gewesen sein. Was nur so ein Dokumentenraum war. Oder ein Archivraum. Da hätten wir höchstens ein paar Dokumente gefunden. Oder ein paar Videos. Ich hab keine Ahnung, waren nicht drinne. Und deswegen nochmal das ganze Spiel nochmal neu machen. Äh, ne. So gucken wir uns lieber nochmal das alternative Ende an. Somit habt ihr dann ein Ende gesehen, wo wir im Bunker bleiben. Und jetzt das zweite Ende, wo wir aus dem Bunker fliehen. Ich denke, da könnt ihr nicht drüber klagen. Weil wo habt ihr denn schon mal in einem Part, im letzten Part, mit zwei alternativen Enden, ertappt dann nirgendswo. Meeres mouldes Madame. Leer, ich schaff's. Abonniert den Tiefeln, Abonniert den Tiefeln. Ja. Ich sehe. Abonniert den Tiefeln. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok, die letzten paar Minuten Gut, dann machen wir hier nochmal das letzte Mal die Tür auf Und dann werden wir da ganz wie möglich abholen Okay, die nächsten Mal Jo, dann rennen wir mal da hoch. Jo, dann gehen wir mal hier hoch. Aber das würde mich mal interessieren, was da passiert, wenn wir da aus dem Bunker abhauen. Okay, auf geht zur letzten Phase. Komm on, komm on. Komm, lass los, du Schwein. Lass los. 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 Lass los, Frances. Lass los. Ich bin mir nicht verletzt, John. Du hast es geblieben. Alles, was ich gemacht habe, habe ich für dich getan. Ich habe die Spurrennungsmittel ausgenommen. Ich habe es geblieben. 14 Monate. Ich bin fast. Margot, wo ist der Lindale? Der Top-Left. Du hast nicht mehr für Mrs Harrison. Wie lange bevor es sich wieder zurückkehren? 23 Jahre. Wir haben genug Essen. Ich habe einen Ration. Ich habe das. Ich habe das gesagt. Mein Mann. Mom? Darling. Ich werde alles gut sein. tja und ich sage auf Wiedersehen ganz einfach und ganz simpel sehr schön, endlich die Freiheit sehr schön hat mir auf jeden Fall gefallen geil gut, dann würde ich mal sagen bedanke ich mich schon mal für die Zuschauer würde mich natürlich freuen über Kommentare und Likes und ich sage auch schon mal auf Wiedersehen bis zu einem neuen Game bis dann euer Razor Aaaaaaah Bis zum nächsten Mal.